Der Beginn der Geschichte der Psychologie lässt sich, wenn man nicht bis zu den introspezierenden Philosophen der Aufklärung oder gar bis zu den alten Griechen zurückdenken will, auf 1879 datieren. In diesem Jahr gründete Wilhelm Wund in Leipzig das erste psychologische Experimentallabor und dieser Akt eignet sich gut als Symbol für die Geburtsstunde der Psychologie als empirische Wissenschaft. In seiner früheren Laufbahn hatte Wund bereits durch Bestseller wie über den Kochsalzgehalt des Harns auf sich aufmerksam gemacht. In den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts keimten einige Ideen, die sich später zur Grundlage dieses breit gefächerten Faches Psychologie entwickeln würden. Hermann Ebbinghaus experimentierte mit seinem eigenen Gedächtnis. Er entwickelte die sogenannte Vergessenskurve, indem er einen Haufen sinnloser Silben auswendig lernte und dann guckte, nach wie viel Zeit er wie viele dieser Silben reproduzieren konnte. Francis Gordon eroberte die Statistik für die Psychologie und pionierte unter anderem die Befragung als Untersuchungsmethode. Die Psychophysik beschäftigte sich mit dem Zusammenhang von Reiz, Stärke und subjektiver Empfindung, also zum Beispiel mit der Frage, wie viel schwerer ein Gegenstand werden muss, damit Menschen einen Gewichtsunterschied bemerken. Wenn ich ein Glas mit einem Liter Milch in der Hand habe und jemand einen Milliliter dazu gießt, dann bemerke ich wahrscheinlich keinen Unterschied. Wenn jemand noch einen ganzen Liter draufgießt, aber schon. Und dann kam auch bald Freud mit dem Unbewussten und seinen komischen drei Instanzen, es sich über ich daher. Diese psychologischen Keime kristallisierten sich bis Anfang des 20. Jahrhunderts zu drei einigermaßen distinkten Strömungen heraus, die bis etwa 1950 das Fach dominierten. Da gab es zum einen Freud und die Psychoanalyse. Übrigens, wenn von Tiefenpsychologie oder Psychodynamik die Rede ist, braucht man sich auch nicht einschüchtern zu lassen, das meint alles ungefähr das Gleiche. Der Fokus liegt hier auf innerpsychischen Prozessen. Es geht um Wechselwirkungen von geistig-körperlichen Kräften, die unterschiedliche Ursprünge haben und oft miteinander in Konflikt geraten. Tiefenpsychologische Ansätze betonen die Rolle des Unbewussten, also all dessen, dass das menschliche Erleben ausmacht und prägt, das aber mehr oder weniger von allein passiert. Die Quelle der konkreten Inhalte des Unbewussten, zum Beispiel könnte das die Überzeugung sein, dass ich nur dann die Zuneigung anderer Menschen verdient habe, wenn ich ihre Erwartungen erfülle, sieht die Psychoanalyse in der Entwicklungsgeschichte des Individuums. Dementsprechend werden auch aktuelle Konflikte mit einer Reihe prototypischer Urkonflikte erklärt und die Lösung kann mit einer Bewusstwerdung, einem sich wiedererinnern an Kindheitserfahrungen beginnen, die seinerzeit die problematischen Strukturen bedingt hatten. Die zweite Strömung war die Gestaltpsychologie, die sich vor allem mit dem Phänomen der menschlichen Wahrnehmung auseinandersetzte. Die grundlegende Beobachtung war die der Diskrepanz zwischen äußeren Reizen mit ihren physikalischen Eigenschaften und dem, was bei uns ankommt, zum Beispiel in Form einer Melodie oder einer Wolke in Elefantenform. Ein Gestaltpsychologischer Kernsatz ist, das Ganze ist etwas anderes als die Summe seiner Teile. Wie entstehen sinnhafte, ganzheitliche Perzepte in unseren Köpfen, wenn die Welt da draußen uns oft nur zufällig zusammengewürfelte Reizmuster darbietet? Auf dem Weg zur Beantwortung dieser Frage formulierten die Gestaltpsychologen Gesetze, wie zum Beispiel das Gesetz der guten Gestalt, das besagt, dass Menschen möglichst einfache Strukturen wahrnehmen, wie Linienkreise oder Dreiecke. Ein weiterer Forschungsgegenstand war die Figurgrundwahrnehmung, also unsere Tendenz, bestimmte Reize in den Vordergrund hervorzuheben, zum Beispiel einen Bildschirm, während wir andere Bereiche des Perzeptes in den Hintergrund sinken lassen. Die dritte Strömung war die Verhaltensforschung, der sogenannte Behaviorismus, der sich auf das unmittelbar beobachtbare Verhalten von Menschen und Tieren konzentrierte, in dem Bemühen herauszufinden, welche äußeren Reize welches Verhalten nach sich ziehen. Alle innerpsychischen, geistigen, kognitiven Vorgänge wurden dabei erstmal ausgeklammert. Mit der Zeit sammelte sich ein riesiger Berg aus Forschung zur klassischen und zur Operantenkonditionierung an. Klassische Konditionierung hat stattgefunden, wenn du beim Sex immer die drei Fragezeichen hörst und irgendwann feststellst, dass dich allein die Erzählerstimme schon erregt, auch ganz ohne sexuelle Reize. Operante Konditionierung hat stattgefunden, wenn du merkst, dass du immer öfter ins Fitnessstudio gehst, seitdem deine Bekannten dir immer mehr Komplimente zu deiner Figur machen. Psychologie ist also eine empirische, erfahrungswissenschaftliche Disziplin, das heißt, sie legt großen Wert auf das Experiment, auf die Überprüfung von Theoretischem an einer für jedermann nachvollziehbaren Realität. Ein großer Teil des forschenden Tätigseins betrifft die metaphorische Brille durch die Psychologen in diese Realität blicken. Neugierig versuchen Forscher, die Welt, wie sie ist, zu entschlüsseln und möchten natürlich zu möglichst unverstellten Einsichten gelangen. Es gibt jedoch viele Fallen, in die man dabei tappen kann und eine dieser Fallen ist der sogenannte Versuchsleitereffekt. Dieser besagt, dass Wissenschaftler, die bestimmte Ergebnisse erwarten, dazu tendieren, diese Ergebnisse selbst herbeizuführen. Im zwischenmenschlichen Kontext ist es vielleicht gar nicht so erstaunlich, dass Erwartungen sich irgendwie auswirken, aber der Versuchsleitereffekt funktioniert auch bei Tierforschung. Wenn Versuchsleiter meinen, es mit in irgendeiner Form kompetenteren Ratten zu tun zu haben, werden die Testergebnisse dieser Ratten besser ausfallen als die ihrer Mitratten. Um dieses Problem zu vermeiden, führt man heutzutage sogenannte Blindstudien durch, bei denen die an der Versuchsdurchführung beteiligten Menschen einfach nicht wissen, mit welcher Versuchsbedingung sie es gerade zu tun haben. Wenn man zum Beispiel ein neues Medikament testet, weiß der Versuchsleiter nicht, ob der untersuchte Proband das Placebo oder das Medikament bekommen hat. Unsere drei psychologischen Hauptströmungen fließen also fröhlich vor sich hin, gestaltend, behaviorierend, analysierend, bis in der Mitte des 20. Jahrhunderts zwei frische Winde zu wehen beginnen. Das erste dieser Lüftchen wird kognitive Wände genannt und dieser hehre Name, im Englischen wird es sogar als kognitive Revolution bezeichnet, meint nichts anderes, als dass geistige Vorgänge wieder zurück aufs Tapet gebracht wurden. Das simplistische Reiz-Reaktions- bzw. Input-Output-Paradigma des Behaviorismus wurde erweitert um innerpsychische Informationsverarbeitungsprozesse, sodass es von nun an um ein Reiz, Vorgänge im Organismus, Reaktionsschema ging. Der zweite frische Wind war die humanistische Psychologie, die insbesondere für die Beratungs- und Therapiepraxis viele Impulse gab und auch heute noch gibt. Im Kern der humanistischen Psychologie befindet sich ein Menschenbild, das die axiomatische Grundlage des professionellen Handelns darstellt. Bekannt ist zum Beispiel die Bedürfnispyramide, die den Menschen sowohl mit seinen grundlegenden physiologischen Bedürfnissen als auch mit seinen sozialen und Selbstentfaltungsbestrebungen anerkennt. Der Mensch wird als selbstbestimmtes bio-psycho-soziales Wesen betrachtet, das willig und fähig ist, die eigenen Probleme zu lösen und das darüber hinaus das eigene Leben kreativ und prosozial zu gestalten vermag. Bevor wir uns noch kurz dem heutigen Status der Psychologie zuwenden, will ich darauf hinweisen, wie wenig lange her es ist, dass diese Sache mit dem Computer passierte. Bisher haben wir uns mit Zeiten beschäftigt, in denen die studentische Hilfskraft nach einem harten Arbeitstag aus dem Büro kam und dem Professor stolz den frisch berechneten Mittelwert der ersten Experimentalgruppe präsentierte. Wie so viele Lebens- und Arbeitsbereiche erfahren die methodischen Möglichkeiten der psychologischen Forschung einen digitalen Boom, Stichwort Neurowissenschaften-Datenverarbeitung, und dadurch rücken auch die gewonnenen Erkenntnisse wesentlich näher an die hochkomplexe und subtile Erlebniswelt von uns doppelt sapienten Homos heran. Psychologie heute lässt sich als eine Reihe von Fächern darstellen, die in den Unis gelehrt werden. Die Schwerpunktsetzung ist nicht immer identisch, aber das Grundgerüst ist doch recht ähnlich. Da sind einerseits die Grundlagenfächer, Biologische, Persönlichkeitspsychologie, die allgemeine Psychologie umfasste Lernen, Schlaf, Sprache, Wahrnehmung, ziemlich dickes Ding, Sozialpsychologie, alles zwischenmenschliche, Gruppenprozesse, Vorurteile, Entwicklungspsychologie, da geht es hauptsächlich um Kinder und Jugendliche, immer mehr aber auch um spätere Entwicklung, und dann natürlich die alles durchdringenden Methoden. Anwendungsfächer sind die Pädagogische Psychologie, Schule, Erziehung, Erwachsenenbildung, dann gibt es Diagnostik und Evaluation, die Arbeits- und Organisationspsychologie ist in den letzten Jahrzehnten gewachsen, Personalauswahl, Personalentwicklung, Führungsverhalten, Arbeitszufriedenheit, Leistung sind ein paar Stichworte, klinische Psychologie, alles was mit Störungen zu tun hat, und Rechtspsychologie, Kriminalität, Gericht. In allen diesen Bereichen sind Psychologen und vor allem Psychologinnen tätig, und das wird voraussichtlich auch erst einmal so bleiben, denn es gibt einfach sehr viele Menschen. Jede Frau, jeder Mann ist ein Kosmos für sich, und in einem regelrechten Wust von Überzeugungen, Urteilen und subjektiven Theorien kann die Psychologie Anstöße geben, mehr und mehr zu nachweislich realitätsgetreueren Ansichten über sich selbst, andere Menschen und das soziale Miteinander und zu gesundheitsförderlicheren Verhaltensweisen zu gelangen. Vielen Dank.